Der indische Rennfahrer Arjun Maini war mir vor der DTM-Saison 2021, um ehrlich zu sein, kein Begriff. Da Sat1-Kommentator Eddie Mielke während den Übertragungen sehr häufig erwähnte, dass Maini zum Rennfahrer wurde, indem er den One-in-the-Billion-Wettbewerb vom Force India-Formel-1-Team gewann, habe ich mir diesen Umstand mal genauer angesehen. Nun kannst du mal vorwegnehmen, dass dies nur die halbe Wahrheit ist. Blicken wir also einmal auf die bisherige Karriere von Arjun Maini zurück. Arjun Maini stammt laut Wikipedia aus seiner Rennfahrerfamilie. Sein junger Bruder Kurs fuhr in diesem Jahr in der asiatischen Formel 3. Und auch schon sein Vater war, wenn auch nur auf nationaler Ebene, im Rennsport aktiv. Dass also auch Arjun anfing, Renn zu fahren, ist nicht verwunderlich. Maini startete seine Karriere mit 5 Jahren im Kartsport und gewann mit 8 seine ersten Meisterschaften. 2011 gewann er den bereits erwähnten Wettbewerb des Force India-Teams und konnte als Sieger Kartrennen in Europa auf Kosten des Teams bestreiten. Weitere Titel blieben dabei jedoch aus. 2013 erfolgte der Wechsel in den Formelsport und er wurde Zweiter in der JK Racing India Series und Vierter in der Asian Cup Series. Ein Jahr später ging es nach Europa zurück und er trat in der britischen Formel 4 an. Den Meistertitel verpasste er um 3 Punkte und ein gewisser George Russell wurde Meister. Keine Ahnung, wer das sein soll. 2015 fuhr er zunächst in der neuseeländischen Toyota Racing Series und wurde dort mit zwei Siegen Vierter hinter Lance Stroll, Brandon Maissano und Santino Ferrucci. Danach ging es in die europäische Formel 3, welche als eine der härtesten Nachwuchsserien weltweit galt. Auf Ergebnisseite konnte er nicht an seine Erfolge anknüpfen und wurde 18. im Gesamtklassement. Beim Macau Grand Prix im November wurde er 10. was zwar kein überragendes Ergebnis ist. Er konnte damit jedoch Fahrer wie Alex Albin, Nick Cassidy oder Callum Islet hinter sich lassen. 2016 folgte ein Engagement in der GP3 Serie. Meini fuhr für das Team Gensa Motorsport, welches nicht unbedingt als Top-Team gilt. Er schaffte es allerdings dennoch, ein Podium einzufahren und regelmäßig zu punkten, was ihm insgesamt den 10. Platz bescherte. Im folgenden Jahr blieb er bei Gensa in der GP3 und konnte das zweite Rennen in Barcelona für sich entscheiden. Abgesehen davon fuhr er noch ein weiteres Mal aufs Podium und wurde insgesamt 9. Dass Meini Talent hat, hat anscheinend auch das Haas-Formel-1-Team erkannt und nahm diesen als Testfahrer unter Vertrag. 2018 wechselte Meini in die Formel 2, was mit seinen guten Ergebnissen im Rücken auf jeden Fall gerechtfertigt war. Anders als beispielsweise bei Alessio de Leda. Er fuhr allerdings für Trident, was eines der schlechtesten Teams im Feld ist. Beim Rennen in die Castellet sorgte er mit einem Funkspruch für Aufsehen, bei dem er in der Auslaufrunde einen emotionalen Zusammenbruch hatte. Ein Team zu haben, das scheinbar nicht hinter ihm steht, ist schon Stimm genug. Was ich aber fast genauso stimmt finde, ist die Reaktion der Kommentatoren, die ihm ungefähr so viel Beistand leisteten, wie Dr. Helmut Markow, einem Red Bull-Junioren, mit schlechten Ergebnissen. Das zweite Mal wurde Meini in Silverstone ins Rampenlicht gerückt, als er von seinem Teamkollegen Santino Ferrucci in der Auslaufrunde absichtlich gerammt wurde. Die Saison lief jedoch allgemein eher bescheiden und er wurde mit drei fünften Plätzen als Highlight 16. im Gesamtklassmord. Nachdem er für die Saison 2019 kein Cockpit in der Formel 2 erhalten hat, trat er in der European Le Mans Series in der LNP2-Klasse an, wo er insgesamt nur 5,5 Punkte einfahren konnte. Zwischenzeitlich kehrte er mit Campos für drei Rennwochenenden in die Formel 2 zurück. Er blieb jedoch ohne Punkte und wurde letztendlich durch Marino Sato ersetzt. Nach Saisonende der European Le Mans Series trat er noch bei den ersten beiden Rennen in der Asian Le Mans Series an und konnte die vier Stunden von Shanghai in der Pro-M-Wertung gewinnen. Meini blieb vorerst dem Prototypen-Sport treu und trat 2021 in der durch Corona komprimierten Asian Le Mans Series an, welche er ohne Siege oder Podiumsplätze auf dem fünften Rang beendete. Am 25. März wurde verkündet, dass Meini mit dem Mercedes Team Gatsby in die DTM einsteigen wird und damit der erste Inder in der deutschen Traditionsserie wird. Trotz fehlender GT3-Erfahrung gelangen ihm im Laufe der Testfahrten zu die der Rundenzeiten, die ihn im vorderen Mittelfeld platzierten. Die ersten Rennen verliefen jedoch weniger rund und er sah in den ersten sechs Läufen nur zweimal die Zielflagge. Beim siebten Rennen auf dem Nürburgring fuhr er das erste Mal in die Punkte und wiederholte diese Leistung bei den beiden Läufen auf dem Red Bull Ring. Nachdem Meini sich beim ersten Rennen auf dem Hockenheimring nicht die Gerade mit Ruhm bekleckerte und in der Spitzkehre dem Polzetter Lukas Auer abschoss, erlang es ihm beim vorletzten Rennen der Saison auf dem Norisring auf den zweiten Platz und damit das erste Mal aufs Podium zu fahren. Er schloss die Saison mit 48 Punkten auf dem zwölften Gesamtrang ab. Das Gatsby-Team verkündete erst kürzlich, dass Meini auch im nächsten Jahr in der DTM fahren wird. Seine Zukunft ist also gesichert. Und wenn er an seine Lernkurve anschließen kann, wird auch im nächsten Jahr der ein oder andere Podestplatz drin sein. Zudem wird Gatsby sein Engagement ausbauen und mehr als ein Fahrzeug einsetzen. Man könnte dann im Hinblick auf das Setup mehr experimentieren und untereinander Daten austauschen. Meini hätte meiner Meinung nach durchaus das Zeug zum Formel-1-Fahrer gehabt. Seine Ergebnisse in der GP3 und Formel 2 waren zwar nicht überragend, was jedoch auf den Umstand zurückzuführen ist, dass er nicht gerade für die Top-Teams der Serie fuhr, was seinen Sieg und seine Podien in der GP3 noch stärker hervorhebt. In einem besseren Team hätte er definitiv regelmäßig um den Sieg und eventuell sogar um die Meisterschaft fahren können. Der Formel-1-Zug ist für ihn jedoch abgefahren. Klar, haben einige Fahrer schon den Sprung von der DTM in die Formel-1 geschafft. Jedoch waren die Autos damals noch Prototypen, die teilweise als Formel-Autos mit Dach bezeichnet wurden. Und aerodynamisch wesentlich komplexer waren als die aktuell genutzten GT3-Bolinen. Aber jetzt seid ihr gefragt. Was traut dir Arjun Meini in seiner Karriere noch zu? Wird er vielleicht doch noch den Sprung in die Formel-1 schaffen? Schreibt eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Ich bin wie immer gespannt auf eure Gedanken. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr sehen wollt, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Bis dahin, bleibt auf der Ideallinie und bis zum nächsten Mal.